Hallo und herzlich willkommen zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. In dieser Folge erläutern wir dir die Reizwortmethode, ein relativ simples Tool, um schnell auf neue Ideen zu kommen. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrungen als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Bei der Reizwortmethode ist Name Programm, denn es dient dazu, wirklich Gedankengänge und Ideen anzureizen. Meine Ansicht nach ist das die ideale Methode dafür, wenn man wirklich mal auf dem Schlauch steht oder so eine klassische Denkblockade hat und man denkt, ich komme ja überhaupt nicht mehr auf irgendwelche kreativen Ideen. Und dann ist das wirklich ein Tool, wo man sich zwei, drei Minuten Zeit nimmt und gegebenenfalls neue Denkanstöße gewinnt, die dann tatsächlich auch gewinnbringend sind. Technik arbeitet in gewisser Weise mit einem Zufall, der in Kombination mit Assoziationen zu neuen Ideen führt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es in erster Linie hauptsächlich oberflächliche und einfache Themen sind, die mit dieser Reizworttechnik behandelt werden können. Dazu zählen zum Beispiel das Design eines Logos, um sich da neue Ideen zu schaffen oder auch eine Grußkarte zu entwerfen bzw. neue Unternehmensslogans zu formulieren, was wir später auch noch als Beispiel benennen werden. Die Reizwortmethode findet dann auch Anwendung, wenn man sich vorher noch nicht so unbedingt extrem tiefsinnige Gedanken gemacht hat und sich mit der Thematik noch nicht wirklich tiefgründig auseinandergesetzt hat. Weil dann hat man meistens schon eine relativ konkrete Vorstellung und die Reizwortmethode dient in erster Linie dazu, erstmal einen neuen Gedankenanstoß zu bekommen, der dann gegebenenfalls vertieft werden kann. Die Durchführung ist relativ simpel und zwar geht es darum, per Zufall, wie anfangs benannt, ein beliebiges Wort auszuwählen. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass dieses Wort ein relativ einfaches Wort darstellt, was auch einfach zu beschreiben ist. Also abstrakte Worte sind in diesem Fall wirklich nicht sinnvoll. Und oftmals ist es so, dass die Reizwortmethode damit verbunden wird, ein Buch aufzuschlagen und sich ein beliebiges Wort aus einem beliebigen Buch herauszuwählen, was sich allerdings in der Praxis nur geringfügig gut umsetzen lässt, da oftmals die ausgewählten Wörter nicht das mitbringen, was es eigentlich benötigt, um leichte Attribute und Eigenschaften, die im folgenden Schritt definiert werden sollen, zu bestimmen. Deswegen empfehle ich in diesem Fall, entweder sich ins Internet reinzuklicken und eine Auswahl an Wörtern, die von vielen Homepages zur Verfügung gestellt wird, wenn man die Thematik Reizwortmethode aussucht, aufzurufen oder sich einfach wirklich in dem Raum umschaut und sich ganz simple Wörter einfallen lässt, die gerade vor einem auf dem Tisch liegen, die gerade sich im Umfeld befinden. Der zweite Schritt wäre dann, wie bereits erwähnt, Attribute zu diesem besagten Wort zu finden. Es geht also darum, das Wort zu beschreiben mit seinen Eigenschaften. Im dritten Schritt, und hier entsteht nun der innovative Charakter, beziehungsweise der kreative Charakter, es geht darum, Assoziationen der besagten Eigenschaften zu der eigentlichen Ideenlösung oder Aufgabenstellung zu ziehen. Und anhand dieser Assoziationen kommen wir dann vielleicht auf neue Ideen, die uns die bahnbrechende Entscheidung oder zumindest dabei weiterhelfen, einfallsreicher zu werden. Ein kleines Beispiel habe ich mitgebracht, und zwar habe ich mich im Büro umgeschaut und auf meinem Schreibtisch steht immer eine Wasserflasche. Und diese Wasserflasche nehmen wir jetzt einfach mal als Reizwort und versuchen daraus Eigenschaften und Attribute abzuleiten. Die Aufgabenstellung, die wir erledigen wollen, ist eine Wertedefinition für das eigene Unternehmen zu formulieren. Und wenn ich mir diese Wasserflasche so anschaue, dann habe ich außen eine harte Schale, die relativ gut schützt. Damit ist eine Eigenschaft dieser Wasserflasche definitiv der Schutz. Das kann man mal so festhalten. Wenn wir uns das noch weiter anschauen, dann ist diese Wasserflasche aber auch durchsichtig, in gewisser Weise transparent. Und zudem, wenn ich die Wasserflasche fallen lasse, möchte ich nicht, dass sie kaputt geht wie eine Glasflasche, sondern es handelt sich um eine Plastikflasche. Demzufolge muss sie eine gewisse Stabilität auch noch bewerkstelligen. Und wenn ich jetzt vielleicht diese drei Wörter, Schutz, Transparenz und Stabilität, als Assoziation für eine neue Formulierung von internen Unternehmenswerten nehme, dann könnte sich daraus beispielsweise der Satz bilden, Schutz der inneren Werte durch Transparenz für eine stabile Zukunft. Für so einen schnellen Wurf von zwei oder drei Minuten finde ich das eigentlich schon eine relativ starke und aussagekräftige Definition, die wir hier hervorrufen konnten und die dann auch zur Inspiration gegebenenfalls für weitere Werte, die im Unternehmen definiert werden könnten, dienen. Ein kleiner Tipp habe ich noch. Sofern die erste Verwendung der Reizwortmethode beziehungsweise das erste Reizwort nicht wirklich erträglich war, dann kann man das Ganze auch nochmal mit unterschiedlichen Wörtern durchspielen. Und dann kommt relativ sicher ein schönes und attraktives Ereignis bei raus. Eine simple Methode, die schnell anzuwenden ist und ich hoffe, auch dir in deinem Arbeitsalltag weiterhelfen könnte. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmo.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.